Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages von Jürgen Winter. Heute der Büro-Sofa-Witz. Der ist immer weit. Der ist besonders gut. Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages. Ich war's jeden Tag. Heute der Büro-Sofa-Witz. Und zwar ist der von Will Geheimbleiben. Und ich grüße Stefan Huber und Galina der Krieger. Und der Büro-Sofa-Witz, der geht so, kommt die sexische Sekretärin zum Chef ins Büro und fragt und setzt, Chef, bin ich gekündigt? Dann der Chef, nein, ich weiß von nix. Und die Sekretärin, ja und wieso ist der Sofa nicht mehr im Büro? Kommt die sexische Sekretärin zum Chef im Büro und fragt und setzt, Chef, bin ich gekündigt? Und dann der Chef, nein, wieso, ich weiß von nix. Ja und die Sekretärin dann, ja das Büro, das Sofa ist im Büro nicht mehr. Das Sofa steht nicht mehr im Büro. Und Erklärung, anscheinend ist das Sofa im Büro, wo der Chef mit der Sekretärin mal Sex gemacht hat. Und jetzt dachte die, er ist sofort nicht mehr da, jetzt will er keinen Sex mehr haben, jetzt will er die Sekretärin nicht mehr haben. Okay, Saka mit Abonnieren.